In dieser Kiste habe ich 20 Vogelspinnen. Jo Leute, was geht ab? Neues Paket. Hier sollen 20 Vogelspinnen reinpassen. Hä? Warte mal, ich habe doch 20 Vogelspinnen bestellt. Monocentropus balfuri. Dann checken wir das Ganze mal ab. Monocentropus balfuri, auch Blaue Jemen-Vogelspinne genannt, ist eine Altwelt-Vogelspinne aus der Insel Sokotra in Asien. Dies ist mit einer der einzigen Arten, die soziales Verhalten aufweisen und miteinander interagieren. Das Besondere an dieser Art ist besonders die Brutpflege. Das mag vielleicht normal klingen, ist es aber überhaupt nicht. Denn bei Vogelspinnen gibt es nämlich keine Brutpflege. Die Mutter kümmert sich rührend um ihren Nachwuchs, indem sie ihre Beute fängt und diese in mundgerechte Stücke für ihre Babys verarbeitet. Leute, hier sind tatsächlich 20 kleine Vogelspinnen drin und eine ist mir hier abgehauen. Ich habe sie jetzt wieder eingefangen. Aber aussieht schnell. Ich muss aufpassen, dass die anderen nicht abholen.